Hallo miteinander, jetzt wo Weihnachten kurz bevor steht und der Europapark noch geschlossen hat, habe ich mir gedacht, stöber ich mal durch die Tiefen meines Videoarchivs, ob ich da nicht vielleicht auf ein paar interessante Aufnahmen vergangener Weihnachtstage aus dem Europapark stoße und was ich da so gefunden habe, das könnt ihr jetzt hier sehen, also viel Spaß. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018